Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von A. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht unter uns weilt. Die Hinweise sind interessant und so ist es auch die Person. Und nun geht's los mit Raten erwünscht. Der Philipp hat sich übrigens extra einen Autoscooter gekauft, um das aufzunehmen. Wollt ihr nochmal schneller, wollt ihr nochmal schneller. Du bist das wahnsinnig fette Beute. Und dann sagt er immer, er hat keine Zeit, er hat keine Zeit, er hat zu viel zu tun, er hat zu viele Projekte und dann sowas. Ja, ich kann dir mal zeigen, wie das geht. Das geht sehr, sehr schnell. Ja, also ich habe wahrscheinlich länger gebraucht, um eine Autotune-App zu installieren und irgendein Fancy-Hip-Hop ins Handy zu sprechen. Und das dann da wieder rauszukopieren. Das hat mich eine Woche beschäftigt. Oh, okay, nee. Danke an, ich nenne ihn mal den Quichon-Peter, der uns, der wieder einmal zugeschlagen hat. Oh. Der Quichon-Peter? Ja, es war Peter und der hat die Quichon-Folge schon für uns geschrieben, wenn du das jetzt nicht verstanden hast, Dominik. Ich habe schon wieder vergessen, wer Quichon ist, wenn ich ehrlich bin. Das macht nichts. Das erkläre ich dir jetzt nicht. Er schreibt zehn Hinweise auf eine Person, die leider nicht mehr unter uns weilt. Und das ich leider schreibe, ist schon ein erster kleiner Hinweis. Es gibt ja auch Personen, über deren nicht mehr unter uns weilen, man nicht traurig sein muss. Das ist stimmt. Da steckt sehr viel Weisheit drin, Peter. Also ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon mal erstmal sowas wahrscheinlich, wie Diktatoren, irgendwelche Massenmörder oder sowas. Wahrscheinlich ausgegrenzt. Es ist Adolf Hitler. Ja, ja, so. Oh Gott. Oh Mann, ey. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Erstens. Ach so, na dann. Ich wurde am 22. Juni 1906 in der KUK-Monarchie geboren. Heute liegt mein Geburtsort in Polen. Eigentlich ist mein Name Samuel, doch meiner Mutter schien der Name nie zu gefallen. Deswegen rief sie mich schon früher mit dem Namen, mit dem ich später berühmt werden sollte. Oh. Das ist übrigens ein guter Zeitpunkt, dass ich mir mal vielleicht die Auflösung anschaue. Nur falls ihr jetzt mit irgendwelchen Radioversuchen um die Ecke kommt. Das war einfach mega witzig. Die ganze Zeit schon das Richtige erraten. So, nee, das ist es nicht. Und so, hä, das gibt es auch nicht. Das passt alles zu der Person. Voll krass. Aber ihr könnt dabei ja mal lauschen, wie weit ich nach hinten blättern muss. Oh oh. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der mit Künstlernamen bekannt wurde. Glaube ich auch. Wenn du das da rauslesen möchtest, Dominik, dann werde ich dich nicht aufhalten. Oh stimmt, was steht denn da oben auf dem Zettel? Ich kann den ja lesen. Ist das, ist das... Moment. Oben auf dem Zettel steht Quichon Peter, wenn du es genau wissen willst. Steht da True the Haar? Zweitens. In Wien wurde ich von Sigmund Freud höchstpersönlich vor die Türe gesetzt. Dabei wollte ich ihn nur kurz im Rahmen meiner Umfrage interviewen. Später wertete ich dies als große Ehre. Übrigens konnte ich, bevor ich hinausgeworfen wurde, durch einen Türspalt einen Blick auf die berühmte Couch werfen. Sie war wesentlich kleiner, als ich angenommen hatte. Na also komm, ey, wenn euch das jetzt nicht verrät... Ja, ich überlege gerade, es ist so, ich frage mich gerade, was für eine Umfrage der gemacht hat, ob das so ein Ding ist, so, ob jemand ein Zeitschriften-Abo abschließen will, so für eine TV-Zeitschrift und dann regt sich Freud auf. Ja, der Fernseher ist überhaupt noch nicht erfunden und schmeißt ihn raus. Möchten Sie mit uns über Gott sprechen? Nein, aber über ihre Mutter. Der war gar nicht schlecht. Naja. Dominik, möchtest du dich an dieser Konversation beteiligen? Ich überlege, aber ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Sehr gut. So habe ich dich am liebsten. Drittens. Dass ich nach Berlin kam, verdankte ich Paul Whiteman. Oder Paul Whiteman? Vielleicht Paul Whiteman. Nee, Paul Whiteman. Ihr kennt Paul Whiteman nicht, man nannte ihn in den 20er Jahren den König des Jazz. Er kam als Tourist nach Wien und ich sollte ihn interviewen. Ich habe mich, trotz meiner mangelnden Englischkenntnisse, hervorragend mit ihm verstanden. Als ich sagte, wie gern ich ein Konzert von ihm sehen würde, lud er mich nach Berlin ein, wo er ein großes Konzert gab. Sein Management hatte meine Reisekosten übernommen. Ich habe zwar der Zeitung, für die ich damals in Wien arbeitete, versprochen zurückzukommen, doch nach Wien kehrte ich nicht mehr zurück. Außer ein paar Mal, um meine Mutter zu besuchen. Puh. Kehrt er zurück? Ein paar Mal. Nur ein paar Mal. Ja, aber I don't have a clue. Das wird langsam spannend. Wir sind schon fast am Ende der ersten Seite. Ja, von Musikern. Aber ich frage mich gerade, ob die Person wirklich dann für ihre Musik bekannt wurde. Und ich meine, Berlin und Wien sind auf jeden Fall mal so zu den Zeiten auf jeden Fall Hochburgen der Events, würde ich mal sagen, ihrer Zeit. Und reimen tun sie sich auch. Berlin. Viertens. In Berlin arbeitete ich zeitweise als Gesellschaftstänzer. Ich habe Damen der besseren Gesellschaft über das Tanzparkett geschleift, durfte dafür im Hotel Eden gratis essen und lebte von den Trinkgeldern, die mir zugesteckt wurden. In einer Biografie erinnere ich mich an jene Tätigkeit mit den folgenden Worten. Es ist nicht leicht, schwergewichtige Damen herumzuschwenken, die das Rhythmusgefühl eines Nilpferds haben. Ich tanze mit Foxtrot-Sie-Polka. Ey, das habe ich aber schon mal gehört. C-Fix. Wer war denn das? Ich mache schnell weiter, weil wenn der Philipp so anfängt, dann ist es gleich zu Ende. Fünftens. Ein Tag nach dem Reichstagsbrand floh ich Hals über Kopf nach Paris. Noch eine Nacht zuvor wurde mein Zimmer von zwei Beamten in Zivil durchsucht. Ein Traktat gegen Hitler, da haben wir ihn jetzt, wurde dabei nicht gefunden, weil es hinter das Bett gefallen war. Wirklich? Ja. Wow, was ist denn das für ein unglaubliches Glück? Also ich habe es nicht nachrecherchiert, aber es steht halt hier. Wie habe ich da nachgeschaut? Da lag es noch. Unglaublich schlecht, die halt einfach mal gesucht haben. Das habe ich mir auch gedacht. Habt ihr irgendeine Idee? Ich habe nicht steggeringste Ahnung. Boah, Gesellschaftstinze. Sechstens. In Paris hielt ich mich nur bis zum Jahresende 1933 auf. Dass ich von dort nach Amerika reisen konnte, hing damit zusammen, dass ich eine Geschichte an ein Filmstudio verkaufen konnte. Allerdings wurde die Geschichte nie verfilmt. Na gut, das bringt jetzt natürlich nicht so viel, ne? Das weiß ich nicht, ob das euch viel bringt. Na gut, aber ich meine, wenn dir jemand sagt, ja, ich habe da eine Geschichte, die wollte ich verkaufen, wurde dann nicht verfilmt. Das könnte ja alles sein erst mal. Stimmt. 7. Im Juni 1945 kehrte ich nach Deutschland zurück. Ich hatte den Rang eines Colonel der amerikanischen Armee, ohne einen Tag Soldat gewesen zu sein. Zu meinen Aufgaben als amerikanischer Offizier gehörte die Erteilung von Arbeitserlaubnissen für deutsche Theater- und Filmkünstler. Als eine Anfrage aus Oberammergau bezüglich der Passionsspiele kam, stellte ich fest, dass der Jesus-Darsteller in der Waffen-SS war. Ich beantworte das Gesuch mit den Worten, sie dürfen spielen, aber nur unter der Bedingung, dass richtige Nägel verwendet werden. Sehr cool. Ui, 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 ui. But still no clue. Aber es ist sehr lustig bisher. Naja, ja, ja. Ach Gott, das war eigentlich voll mein, ja, voll meine Interessensgebiete. So Theater. Hitler. Nageln. Ey Leute, ihr seid so fertig. Es ist quasi voll meine Passion. Achtens. Ich habe schon vor meiner Flucht aus Deutschland Drehbücher geschrieben. Zum Beispiel für Emil und die Detektive. Auch in Hollywood betätigte ich mich zunächst als Drehbuchautor. Allerdings hat es mich genervt, dass meine Bücher von den Regisseuren nicht so umgesetzt wurden, wie ich sie geschrieben habe. Deswegen habe ich mich schließlich auch selber in den Regiestuhl gesetzt. Oh, das ist ein schwieriges Wort. Regiestuhl. Regiestuhl. Sag das dreimal ganz gut. Regiestuhl, 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 Regiestuhl. Auf die Frage, ob ein Regisseur auch gut schreiben können müsste, antwortete ich, nein, aber es hilft, wenn er lesen kann. Im Jahr, das war ein ganz schön, im Jahr 1960 glückte mir das Kunststück für einen Film als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent ausgezeichnet zu werden. Dies ist bisher nur sechs weiteren Regiestuhl. Warum denn so oft das Wort Regisseur, das kann ich nicht richtig aussprechen. Mensch. Regie-sü-er. Das ist bisher nur sechs weiteren Regie-Führern gelungen. Leo McCary, Francis Ford Coppola, James L. Brooks, Peter Jackson sowie Joel, Joel, heißt er eigentlich Joel oder Joel? Joel und Ethan Cohen. Joel. 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 Schon, ne? Joel. Joel wäre komisch. Die Cohen-Brüder halt. Joel Cohen? Ne, das passt nicht. Leute, jetzt aber mal zumindest ein Versuch vielleicht. Oh, jetzt habe ich... Arbeitsverweigerung, was die hier machen. Ist das Karasek? Was? Ne, ne, ich blick gerade, ne, der Ding, nein, nicht Karasek. Wie hast du mich genannt? Wie heißt denn der? Ich blätter nochmal. Nein, 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 nein. Ne, nicht Karasek. Nein, es ist nicht Karasek und der hieß Helmut. Nein, nein, Helmut. Wie komme ich denn auf den? Ne, Wilder meine ich. Wie komme ich auf Karasek? Wilder. Du hast schon eine Antwort eingeloggt für diese Hinweise. Den musst du dir mal noch sparen. Ich habe mit vielen Stars zusammengearbeitet, um nur ein paar zu nennen. Jack Lemmon, Walter Matthau, Humphrey Bogart, James Cagney, Tony Curtis, Kirk Douglas, William Holden, Edward G. Robinson, Marlene Dietrich, Shirley MacLaine, Lise Lotte Pulver, Audrey Hepburn, Gloria Swanson. Lise Lotte Pulver? Lise Lotte? Habe ich nie gesagt. Wer ist denn das? Lise Lotte Pulver? Kennst du die nicht? Nein. Sollten wir mal eine Folge drüber machen. Und ich glaube, behaupten zu dürfen, dass einige der ikonischsten Szenen mit Marilyn Monroe aus meinen Filmen stammen. Dann hat der Kollege Weismann tatsächlich recht. Das kann ich ohne einen ausdrücklichen Namen nicht als Antwort werten. Das ist Billy Wilder. Ja, das ist Billy Wilder. Ich lese mal noch weiter. Warum hast du das nicht akzeptiert als Antwort? Weil du gerade gar nichts gesagt hast. Du hast nur dem Philipp recht gegeben. Der Philipp hat es davor schon gesagt. Ja, der hatte aber vorher schon eine Antwort für den Hinweis ab. Was ist denn das für ein Neuer? Eine Frage. Kommt sein Grabstein noch zu tragen? Ja. Sehr gut. So weit habe ich noch nicht vorgelesen. Den kenne ich wieder. Zehntens. Ich war bekannt für meinen Witz. Als ich beispielsweise Mae West, das Sexsymbol der 30er Jahre, für eine Rolle als alternde Schauspielerin casten wollte, kam sie total aufgedonnert daher. Ich sagte mir, um zu erfahren, wie als sie wirklich sei, müsse man ihr ein Bein absägen und die Jahrringe zählen. Ein anderes Mal beantwortete ich die Frage, wie ich sterben wollte, folgendermaßen. Mit 104 Jahren, kerngesund, von einem jungen Ehemann erschossen, der mich in flagranti mit seiner Frau erwischt hat. Tatsächlich starb ich aber am 27. März 2002, knapp 96-jährig, in Los Angeles. Auf meinem Grabstein steht I'm a writer, but then nobody's perfect. Und natürlich mein Name, Billy Wilder. So, jetzt habe ich noch zwei Seiten mit Zusatzinformationen. Ach, so schlimm ist gar nicht. Auf der zweiten steht fast nichts mehr. Ja, bitte? Ach so, ihr wollt die auch noch hören. Der Film für den Billy Wilder gleich dreimal ausgezeichnet wurde, war The Apartment. Der stand bei den Oscar-Verleihungen 1961 in Konkurrenz zu Hitchcocks Psycho, welcher allerdings gänzlich leer ausging. The Apartment erhielt zusätzlich noch die Oscars für den besten Schnitt und das beste Szenenbild. Allerdings gingen die Hauptdarsteller Jack Lemmon und Shirley MacLaine leer aus, obwohl sie nominiert waren. Lane aus? Der Film ist echt super, der Film. Welcher? Der The Apartment. Ach so, ich dachte Psycho. Nein, der ist wichtig, aber heute Frage nicht mehr so gut anzuschauen. Der ist wichtig. Zu den bekanntesten Filmen, weil das zählen sicherlich. So, und jetzt seid ihr dran, weil ich muss mal einen Schluck trinken. Aber wie kam er denn eigentlich, wie kam er denn auf Billy von Samuel? Das ist keiner seiner Filme. Hallo. Ja. Seid ihr doch alle da? Wie soll ich einen Titel sagen? Ach so. Ja, ja. Ach Gott. Ich hab mal wieder totalen Filmriff. Die Apartment. Ja. Die ganzen Marilyn Monroe Filme. Wie heißt es denn? Some Like It Hot. Genau. Some Like It Hot. Ist dabei. Lock ich ein. Manche mögen es heiß. Ja, genau. The Seven Year Edge. Also das verflixte siebte Jahr. Ist auch dabei. Ja. Lock ich ein. Das ist jetzt wie bei, was ist das Familienduell? Wir haben mal ein paar Leute gefragt. Das ist nämlich auch, ich hab nämlich die ganze Zeit, ey, das ist ruckzuck. Ich hab nämlich die ganze Zeit gedacht, immer wenn wir es irgendwie von Jeopardy hatten, dass ich immer D, 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 D gemacht habe. Hab gedacht, na Moment, aber das ist mir irgendwann später mal beim Schneiden aufgefallen. Das ist eigentlich die, genau diese Aufblätter-Melodie von Familienduell. Hm. Tatsächlich ist die Szene mit Marilyn Monroe und dem weißen Kleid auf dem U-Bahn-Schacht nicht aus, manch übrigens heißt, wie wahrscheinlich nicht nur ich immer dachte, sondern aus tatsächlich das verflixte siebte Jahr. Ich wusste überhaupt nicht, dass das überhaupt aus einem Film ist. Ich kenne das nur als Foto tatsächlich. Die stand da immer nur rum. Das war gar nicht aus dem Film. Nein, aber das kannst du ja für einen Fotoshoot machen oder ähnliches. Aber mal ganz ehrlich, ich bin eine ganze Zeit lang von einem Nürnberger Stadtteil frühmorgens in den anderen geradelt und bin da immer am Bahnhof vorbeigefahren. Und da fährst du genau über so einen, ja, auch so einen Luftauslass vom Boden drüber. Und das direkt eine große... Immer wenn du Kleid getragen hast? Ja, immer wenn ich Kleid getragen habe. Nee, im Winter war das besonders interessant, weil einerseits, es war eine Sekunde lang dann angenehm warm, aber dann eine Mikrosekunde später merkst du auch, dass das mit die Abluft von so einer Fast-Food-Kette, die im Inneren von dem Bahnhof drin ist, die da offensichtlich irgendwie eher Abluft drin haben und da halt einfach so das Frittenfett vom Vortrag so durchdampft. Geil. Wo ist das? Das ist echt widerlich, wenn du da morgens drüber fährst. Denkst du, oh, warm. Da will ich auch mal hin. Das klingt wie eine Sehenswürdigkeit. Ja, dann komm vorbei, machen wir mal eine Tour. Aber da musst du dann schon morgens um sechs oder so was vorbeikommen, bis es richtig schön wirkt und nur, wenn es richtig schön kalt ist. Also wir haben hier noch zwei, drei Filme stehen, zum Beispiel Boulevard der Dämmerung, den ihr vielleicht eher kennt als Sunset Boulevard. Ja, die B-Leste der besten Filme aller Zeiten tatsächlich. Den deutschen Titel habe ich noch nie gehört. Hast du ihn gesehen? Nee. Okay. Dann hätten wir hier noch Witness for the Prosecution, Zeuge in der Anklage. Und One, Two, Three, der hier zumindest auf meinem Zettel keinen deutschen Titel hat. What? Der sagt mir auch wirklich nichts. Der ist doch, Moment, der ist glaube ich einfach 1, 2, 3 auf Deutsch. Wahrscheinlich. Deswegen hat er sich vermutlich gespart, hier die Übersetzung hinzuschreiben. Ja. Wie lief der Peter. Nicht gänzlich unvorstellbar. Warte mal, ich kippe dir mal. Den Ausschlag ins Regiefach zu wechseln, gab ein Streit mit dem Schauspieler Charles Boyer, der sich weigerte, ein Gespräch mit einer Kakerlake zu führen. Für Walder, der das entsprechende Drehbuch geschrieben hatte, war diese Szene wichtig, weil sie die Isolation eines Migranten auf einer verlassenen Grenzstation symbolisierte. Als auch der Regisseur sich auf die Seite des Schauspielers schlug, beschloss Walder, dass er in Zukunft seine Drehbücher selber verfilmen wollte. Dieser Schritt war allerdings damals überhaupt nicht selbstverständlich. Vorwalder hatte nur ein Autor, Preston Sturges, dies gewagt. Ach, wie geil ist denn das? Guck mal hier, der Film 1, 2, 3, Originaltitel vom Bühnenstück, Eji, Keto, Aram, adaptiert und haben es in ein geteiltes Berlin verlegt. Und jetzt kommt das Beste hier. Die Dreharbeiten fanden von Juni bis September 61 in Berlin und in München statt. Dabei wurde das Team vom Bau der Berliner Mauer überrascht. Überraschung. Ja, aber wie absurd auch so. Und wir drehen hier. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, aber wir wollen doch. Ja, nee, das ist jetzt eine Mauer. Hättet ihr mal gesagt, dass ihr die Absicht habt, eine Mauer zu bauen? Dann ganz unten steht noch, übrigens wäre ich überrascht, wenn nicht spätestens der 8. Hinweis zur Lösung führt. Ich muss sagen, leider habt ihr es erst beim 9. oder 10. erraten. Oh, wow, 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 wow. Ich werde aber auch rechter. Oh, das war ein schön saftiges Knüllgeräusch. Hätten wir das auch wieder hinuntergebracht. Sehr befriedigend. Danke, Peter. Dankeschön. Wenn auch ihr Lust habt, uns mal was zu schreiben, die E-Mail findet ihr auf das-a.ch und dann schickt sie uns. Aber tippt am besten nur einem von uns drei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.